Ich habe heute ein ganz tolles Bilderbuch über Akzeptanz dabei, das nennt sich ein klein wenig anders. In diesem Bilderbuch geht es um die sogenannten Plouffer und die Plouffen halt. Die haben etwas eingeübt, das sie zusammen machen sollen, wo halt alle eine Rauchwolke ausstoßen sozusagen. Doch ein Plouffer ist halt irgendwie anders und nicht wie das Graue, was alle ausstoßen, sondern er ist bunt. Und das Ding ist, das ist ja irgendwie anders und seltsam, sagen die anderen. Und da fühlt sich der Kleine natürlich schlecht. Bis dann eines Tages jemand kommt und sagt, hey, das ist ja richtig toll, was du da machst. Das ist ja irgendwie anders. Es endet dann natürlich damit, dass sie alle gemeinsam anders sind. Die Reise, das zu entdecken, ist super. Es sind kleine, klare Bilder, die aber so eine tiefe Botschaft übertragen. Ich kann es echt ans Herz legen. Es ist toll. 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 Untertitelung des ZDF, 2020